Television Zwickau Deine Region im Bild Zwickauer Energieversorgung Die Energie der Region Kranzniederlegung zum Tag der Befreiung Pünktlich zum Merkur-Pransit Schulsternwarte weit Planetenmodell ein Und italienisches Eiskaffee öffnet am Mittwoch Tag Aktuell Das regionale Abendmagazin Und damit ein herzliches Willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Tag Aktuell Schön, dass Sie dabei sind Ich hoffe, die Mütter hatten gestern einen wunderschönen Tag Und ein guter Tag war auch der 8. Mai Der 8. Mai 1945 Das war das Kriegsende Wir gedenken heute dieses Tages aus gutem Grund Und wir haben von den Feierlichkeiten zum Gedenken einige Bilder mitgebracht Auf dem Zwickauer Hauptfriedhof wurde heute Vormittag des 71. Jahrestages des Kriegsendes gedacht Am sowjetischen Ehrenhain war einer der Gäste Andrei Vladimirovich Bondarev vom Generalkonsulat der Russischen Föderation in Leipzig Die Gedenkstunde begann mit einer musikalischen Darbietung von Annette Schneider Zunächst rezitierte sie ihren Text in deutscher Sprache Danach folgte die Interpretation auf Russisch Es folgten Reden von Oberbürgermeisterin Pia Findeis und von Sven Wöhl, dem Vorsitzenden des Stadtverbandes der Linken in Zwickau Er machte deutlich, warum es für ihn wichtig ist, den Krieg und seine Folgen auch 71 Jahre nach dessen Ende nicht zu vergessen Vor dem Hintergrund aktueller Rechtsentwicklungen in Europa ist es wichtiger denn je An den mörderischen Irrweg zu erinnern, in den Nationalismus, Rassismus und Krieg geführt haben Auch der Ehrengast aus dem Generalkonsulat der Russischen Föderation sprach zu den versammelten Menschen Im Anschluss wurden am Ehrenhain Kränze und Blumen niedergelegt Für alle Astronomen hat sich heute am Himmel ein seltenes Spektakel ereignet Der Merkur schob sich zwischen Sonne und Erde und konnte mit spezieller Technik beobachtet werden Ab 13.12 Uhr konnte dieser Merkur-Transit beobachtet werden Udo Rubkalwis war heute Nachmittag in der Schulsternwarte am Oberplanitzer Kreuzberg und hat sich dieses Himmelsspektakel von Experten erklären lassen Ein besseres Wetter hätten wir uns beim besten Willen nicht aussuchen können Für den Transit, den wir derzeit beobachten, mit bloßem Auge geht das nicht Ich begrüße ganz herzlich Dietrich Stepps, den Vereinsvorsitzenden hier an der Schulsternwarte in Oberplanitz Schön, dass wir mal wieder hier sein dürfen Das letzte Mal war es, glaube ich, das Sonnenfinsternis Das war im vergangenen Jahr, ne? Nein Wann war das? Nein, das ist... oh Man verschätzt sich immer relativ sehr bei den Zeiten Das muss schon vier, fünf Jahre her sein Ist das doch so lange Beim Venus-Transit, das weiß ich, das war 2012 Also es ist relativ selten, dass man ein solches Himmelsschauspiel beobachten kann Jetzt im Falle des Merkur ist es auch nicht so häufig, oder? Nein, das ist nicht häufig Das ist 12 bis 13 Mal in einem Jahrhundert Und der nächste Durchgang des Merkur vor der Sonne wird im November 2019 erfolgen Wird dann auch in Mitteleuropa beobachtbar sein Oh, dann tragen wir uns das jetzt schon mal ganz dick in den Kalender ein Aber wir schauen jetzt auch mal, was man bei dem heutigen Transit sieht Da haben wir auch schon ein paar Bilder aufgenommen Und jetzt sehen wir da einen ganz, ganz winzig kleinen Fleck Das ist dann also der Merkur Das ist der Merkur, genau Man muss sich ja vorstellen, dass sich der Merkur zwischen Erde und Sonne schiebt Und der Merkur hat ja nur ungefähr die anderthalbfache Mondgröße Und ist ja wesentlich weiter entfernt als unser Mond Der Mond kann die Sonne ganz verdecken Aufgrund seines Durchmessers Aber der Merkur, das kleine Dingel da In dieser Entfernung kann also nur ein Bündchen erzeugen auf der Sonnenoberfläche Eine Sonnenfinsternis, also wenn der Mond sich davor schiebt Ist ja auch nichts anderes als ein Transit Bloß, dass eben alles verdeckt ist Und das ist relativ schnell vorbei Da ist der Kernschatten vorbei, wenige Minuten Wie lange ist das jetzt hier bei dem Merkur-Transit? Wie lange dauert das? 13.12 Uhr trat der Merkur am Sonnenrand ein Und ungefähr, ich habe es jetzt nicht genau auf der Minute genau 20.20 Uhr glaube ich, macht er wieder raus Aber dann steht die Sonne hier schon zu tief Das können wir nicht mehr hier beobachten Was ich jetzt ganz gern noch gewusst hätte Also den Venus-Transit hatten wir erwähnt Den Merkur-Transit Es gibt keine weiteren Transits Keinen Uranus, kein Neptun, gar nichts Und da würde ich sagen, Sie haben etwas ganz Neues, ganz Tolles Und da können Sie uns wahrscheinlich erklären Warum wir nur diese beiden Planeten als Transit sehen Was ist das für ein Modell, was wir jetzt gleich sehen? Das nennen wir Planetenmodell Das soll also unser heimatliches Sonnenplanetensystem darstellen Sowohl die Größen, die sind hier sichtbar Wir haben auch mit Informationstafeln dann Entfernungen von der Sonne mit angebracht Um das zu veranschaulichen Also bei diesem Beispiel ist die Kuppel des Planetariums soll die Sonne darstellen Mit rund sechs Meter Durchmesser Genau in diesen Größenverhältnissen sind die Planeten gestaltet worden Und es sind eben hier auch die Entfernungen angegeben Die man mit diesem Größenverhältnis ablaufen müsste Um beispielsweise von der Sonne zur Erde zu gelangen Da müsste man bis zur Sparkasse Oberplanets laufen Geht noch Also das Modell, Herr Steps, kommen Sie mit, das schauen wir uns jetzt mal an Ja Das ist schon erstaunlich, wie klein doch dieser Merkur ist Das ist ein Zentimeter, diese Kugel im Durchmesser vielleicht Das ist alles Und die Erde dann entsprechend so groß Also das ist mal richtig anschaulich Das war ja der Zweck Ja, wer hat das eigentlich ermöglicht? Das ist ja auch eine hochwertige Arbeit Insbesondere Spenden von der Sparkasse Zwickau Hauptteil und von NWAM Dann sei an dieser Stelle schon mal Danke an die Sponsoren gesagt Und jetzt können wir uns genau angucken Warum gibt es keinen Neptun-Transfer, keinen Saturn-Transit Warum da drüben ist die Sonne, richtig? Richtig Und da muss jetzt sozusagen der entsprechende Planet zwischen Erde und Sonne Und die anderen demnach sind Geht einfach nicht Also beim allerbesten Willen, die sind mal hinter der Sonne, aber niemals davor Ist das richtig? Das ist richtig Wenn ich mich allerdings jetzt hypothetisch auf dem Jupiter befinden würde Dann könnte ich natürlich auch einen Transit vom Mars und Erde und Venus und Merkur vor der Sonne sehen können Das ist dann was für zukünftige Weltraumfahrer Ein Traum für die Astronomen Herr Stepze, ich danke Ihnen ganz herzlich Jetzt wird auch das Modell noch offiziell eingeweiht Ich wünsche Ihnen und vor allem Ihren Besuchern richtig viel Spaß und Erfolg mit diesem neuen Lernstoff und Material Danke Ihnen Danke auch Werbung Willkommen bei dem Komplettversorger rund um Ihre Gesundheit Der Treitschke GmbH Wir sehen im Patienten in erster Linie den Menschen Deshalb verstehen wir es als unsere Aufgabe Nicht nur die Mittel zur Linderung von Symptomen zu liefern Sondern vor allem mit Menschlichkeit und persönlichem Engagement das Leben ein Stück lebenswerter zu gestalten Wir fangen den Menschen auf Hören ihm zu und nehmen ihm zahlreiche Herausforderungen ab Einfach gesagt, wir kümmern uns Das ist unsere Unternehmensphilosophie seit nunmehr fast 25 Jahren Unser Team besteht aus hervorragend geschulten Mitarbeitern im Innen- und Außendienst In den Bereichen Homecare, Orthopädie-Technik, Reha-Technik und in unseren Sanitätshäusern stehen Ihnen unsere Mitarbeiter mit ihrem Fachwissen und ihrer oft jahrzehntelangen Erfahrung mit Rat und Tat zur Seite Fordern Sie uns, wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar Wenn wir Ihnen eine Wohnung vermieten, dann wissen wir Sie vertrauen uns den für Sie wichtigsten Platz der Welt an Mehr als 65.000 Kindern bieten wir ein gutes, sicheres Zuhause und Wohnumfeld Wer gibt Städten, Gesicht und Seele? Wir sind das Martin und Schwedler Ihr Partner für moderne Heimelektronik Fachhändler für Löwe, Panasonic, Mobilcom Debitel und Sky Unser Service umfasst den Verkauf und Reparaturservice für TV-Geräte, Computer- und Telefonanlagen Wartung von PC-Netzwerken, SAT- und Kabelanlagen und natürlich einen kostenlosen Lieferservice bei Neukauf Bei TV-Reparaturen holen wir das defekte Gerät beim Kunden ab und stellen für die Zeit der Reparatur ein Leihgerät zur Verfügung Martin und Schwedler, Hauptstraße 98 in Steinpleis Lassen Sie sich von Gelenkproblemen nicht aufhalten, denn jeder Tag bietet die Chance, das Leben aktiv zu genießen Vertrauen Sie bei Gelenkproblemen auf Rosaxan Rosaxan gibt uns die Kraft der Natur für aktive Bewegung und Lebensfreude 100% natürlich Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus Jogis 11, die Live-Tournee 11 Jungs, eine Stimme Comedian Christian Schiffer hat in über 400 Radioshows bundesweit auf 16 Sendern den Bundestrainer parodiert Jetzt kommt er mit seinem Ein-Mann-Hörspiel live on stage In 11 Schritten zum Europa-Meister durchleuchtet das Fußballer-Gehirn mit den beiden Superbrains Lukas Podolski und Kevin Großkreuz Derweil frittiert sich Rainer Kallmund durch die Tierwelt, bis sich Greenpeace-Aktivisten an den Kühlschrank ketten Jogis 11, am 13. Mai, 20 Uhr im Konzert- und Ballhaus Neue Welt Karten gibt's an allen bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet Vertrauen Sie bei Gelenkproblemen auf Rosaxan Rosaxan gibt uns die Kraft der Natur für aktive Bewegung und Lebensfreude Uta Röder-Moden Seit 1991 das Bekleidungsfachgeschäft im gehobenen Genre für Damen und Herren Die erste Adresse in Sachen anspruchsvoller Modemarken Hier finden Sie hohe Fachkompetenz bei Beratung und Verkauf stilvoller Bekleidung Schauen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst Uta Röder-Moden Wir freuen uns auf Ihren Besuch Seit längerer Zeit ist die Lokalität gegenüber des Zwickauer Rathauses am Hauptmarkt verwaist Vielen ist das ehemalige City Light noch in guter Erinnerung Vor allem deshalb, weil man in den Sommermonaten hier von früh bis spätabends die Sonne genießen konnte Ab Mittwoch zieht hier wieder Leben ein Genau, also wir eröffnen am Mittwoch, um Mittag zum Beispiel am 11.05. und freuen uns auch schon ganz doll drauf Und das Konzept sieht zum Beispiel so aus, dass wir hauptsächlich Eisverkauf machen Straßenverkauf, wie hier vor Ort zu essen Und Kaffee, Kuchen Unser Eis unterscheidet sich so ein bisschen von anderen Eissorten Wie zum Beispiel, wir haben glutenfreies Eis Wir haben keine Konservierungsstoffe, keine Gluten, keine Farbstoffe Also sowas wie ein Schlumpfeis oder sowas Sowas wird es bei uns nicht geben, aber trotzdem ist für Kinder halt gut gesorgt Wir sind auch vegan friendly, das heißt veganes Eis nehmen wir auch mit rein Auch vegane Kuchensorten Jetzt vielleicht am Anfang fangen wir mit ein, zwei Stück an Und dann bauen wir das so peu a peu auf, um auch erstmal zu schauen, wie es ankommt Und da tasten wir uns so ein bisschen ran Und die Öffnungszeiten sollen eigentlich von 10 bis 9 Uhr sein Wenn jetzt zum Beispiel im Sommer ganz ganz lange noch die Terrasse oder sowas auf wird Dann können wir auch noch länger machen Aber am Anfang, dass halt auch jeder weiß, dass man ab um 10 Uhr bei uns vorbeikommen kann Genau Wir haben uns auch wirklich bemüht, total authentisch zu sein Alle Sachen kommen eigentlich aus Italien Also wir haben eine ganz große Firma engagiert Die von Licht bis Stühlen, die ganze Deko bis hin die ganzen Tresengeräte und das ganze Eislabor Die sind halt wirklich nur speziell für Eiskafés zuständig Und die haben das halt mit uns zusammen konzipiert Und ja, ist ja auch, ich denke ich mal, ganz nett geworden Auch gerade auch von dem Objekt her und so Das ist ja halt wirklich eigentlich eine kleine Perle, denke ich mal, in Zwickau Also wir haben uns auch gedacht, dass zum Beispiel auch mal für die Mamas oder so Die mal mittags mal einen Kaffee trinken möchten oder so Dass wir auch mal was für die Kinder haben, dass die mal für sich sitzen können Und haben wir auch ein bisschen farblich gestaltet und sowas auch Jetzt wird noch ein bisschen bunter, jetzt am Anfang starten wir erstmal so Und am Mittwoch werden dann natürlich auch die Stühle draußen stehen Ja, wir hoffen, allerdings ist ein kleines Problem, dass die Tische Wir hoffen Mittwoch, dass die Tische ankommen Also da gab es ein großes Problem Und also wir warten eigentlich tagtäglich, dass die Tische aus Italien auch noch angeliefert kommen Und wenn sie nicht da sind, dann sind wir trotzdem Dann müssen wir improvisieren und erstmal ohne eröffnen Und also Mittwoch wird erstmal ganz eine kleine Eröffnung halt sein Und ich denke mal, da braucht man noch nicht so Tische und Stühle Dann wahrscheinlich erst Donnerstag, Freitag, da müsste es eigentlich Also wir hoffen ganz, ganz stark, dass es halt kommt Dann werden wir die Zwickau doch schon mal ganz herzlich ein und sehen uns sicher am Mittwoch Ja, genau Dankeschön Zu massiven Auseinandersetzungen, bei denen sieben Personen verletzt wurden Kam es am vergangenen Samstag gegen 13 Uhr im Rahmen der Rollstuhlbasketballveranstaltung in der Sporthalle Mosel Polizeiangaben zufolge gerieten insgesamt etwa 60 Anhänger zweier türkischer Mannschaften in Streit So dass es zu gegenseitigen Körperverletzungen mit Messern sowie Baseballschlägern gekommen sein soll Das Spiel musste daraufhin abgebrochen werden Sieben Personen wurden verletzt und mussten in den umliegenden Krankenhäusern behandelt werden Alle sechs konnten entlassen werden, lediglich einer musste im Krankenhaus verbleiben Etwa 50 Anhänger des einen Fanclubs verließen daraufhin fluchtartig mit ihrem Bus den Ort des Geschehens Der Bus selbst samt Insassen wurde kurze Zeit später im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei auf der Autobahn A4 gestoppt Die Ermittlungen zum Tathergang sowie zur Tatbeteiligung der Anwesenden dauern derzeit noch an Die städtischen Verkehrsbetriebe Zwickau haben einen Förderbescheid vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr erhalten Das Unternehmen erhält rund 1,6 Millionen Euro Fördermittel vom Freistaat für den grundhaften Ausbau der Straßenbahntrasse in Eckersbach zwischen der Überfahrt Amseltal und der Haltestelle Astronomenweg Das entspricht rund 75 Prozent der förderfähigen Ausgaben für dieses Projekt Darin enthalten sind auch die Erneuerung der Fahrleitung, des Gleiskörpers inklusive des Oberbaus sowie der barrierefreie Ausbau der Haltestellen Astronomenweg und Westsächsische Hochschule Dabei soll unter anderem auch ein Blindenleitsystem eingerichtet werden Der Zwickauer Stadtrat kommt morgen zu seiner nächsten Sitzung zusammen In dieser Sitzung wird es unter anderem um die Finanzierung der Stadtratsfraktionen gehen aber auch um eine Stellungnahme zum geplanten Freihandelsabkommen TTIP Auf der Tagesordnung steht erneut auch der Vorhabensbeschluss zur Sanierung des Zwickauer Gewandhauses Auch der Bebauungsplan an der Schubertstraße, ehemals Praktikerbaumarkt, steht auf der Tagesordnung Die Aufzeichnung der Stadtratssitzung sehen Sie morgen bei Television Zwickau ab 19 Uhr, Stadttag aktuell Der Stadtvorstand der CDU lädt am Mittwoch zu einem Dialogforum zum Thema Asyl in den alten Gasometer ein Zu Gast ist der sächsische Ausländerbeauftragte Gerd Mackenroth Hintergrund der Veranstaltung ist die aktuelle Diskussion über die Herausforderungen in der Migrations- und Asylpolitik Von 18 bis etwa 20 Uhr besteht die Möglichkeit, Informationen über die aktuelle Sachlage in Sachsen zu erhalten Neben Mackenroth stellen sich auch die Zwickauer Gleichstellungs- und Ausländerbeauftragte Ulrike Lehmann Rainer Eichhorn als Vertreter des Demokratiebündnisses und Pfarrer Jens Buschbeck von der Lutherkirchgemeinde der Diskussion Neben CDU-Mitgliedern sind auch interessierte Bürger eingeladen Regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit Für Oldtimer-Freunde war der 8. Mai wieder ein ganz besonderer Höhepunkt Zum 16. Mal hat die Westsächsische Hochschule Zwickau die Schwanenklassik organisiert Diesmal stand die Oldtimer-Ausfahrt unter dem Motto Naturerlebnis Vogtland Dementsprechend lag vor den Teilnehmern eine Strecke, die sie an den reizvollsten Regionen des Vogtlandes und des angrenzenden Erzgebirges im Raum Zwickau, Rodewisch und Auerbach vorbeiführte Diese Schwanenklassik sollte aber auch an ein Jubiläum erinnern, das für die Zwickauer Hochschule eine ganz besondere Bedeutung hat Seit 80 Jahren werden hier Ingenieure auf dem Gebiet der Kraftfahrzeugtechnik ausgebildet Schon im Jahre 1904 hatte August Horch mit der Gründung seiner Motorwagenaktiengesellschaft die Basis für die Automobiltradition geschaffen Die Ingenieurausbildung begann in Zwickau im Jahre 1936 Die Einrichtung entsprechender Studiengänge war wegen der aufstrebenden Automobilindustrie notwendig geworden und ist auch heute noch ein wichtiges Standbein der Zwickauer Hochschule Wie sehr sich die Kraftfahrzeugherstellung seit jener Zeit geändert hat, sieht man nicht nur am Design der Autos sondern auch an deren Konstruktion und Innenleben Zur Teilnahme an der Schwanenklassik waren nur Fahrzeuge zugelassen, die bis einschließlich 1980 gebaut wurden und die sich in einem ansprechenden Original- oder aber Restaurierungszustand befinden Wie schnell die Zeit vergangen ist, wurde vielen Besuchern spätestens dann klar wenn sie feststellen mussten, dass die Autos, die in ihrer Jugend hochmodern waren, heute als Oldtimer bezeichnet werden Zur Schwanenklassik konnten schon in den vergangenen Jahren immer wieder besondere Gäste begrüßt werden In diesem Jahr war es der neue Rektor der Westsächsischen Hochschule der erst vor wenigen Tagen feierlich in sein Amt eingeführt wurde Natürlich nahm auch er Platz in einem der automobilen Schätze Zum Glück, er ist angesprochen, wie schön Ich habe schon rumgerummt, ja Also natürlich, unser Rorsch 830 BL, die Vollmann-Limousine ist es nicht, sondern die Sechs-Fenster-Limousine Wir haben also keine Trennwand da hinten, deshalb sitzt der Rektor auch vorne und nicht hinten, weil er sich nicht so abstandern möchte vom Personal, das fährt Weil ich hatte ein nobles Personal, unseren Kanzler-AD, Joachim Körner, den Organisator der Fahrt Und der 8-Zylinder ist für die zwei Handels, bleiben also die 4 Zylinder pro Passagier durchaus angemessen, würde ich sagen 12 Zylinder haben wir nicht, das Größte, was wir zu bieten haben, los geht's Es gab aber eine Ausnahme von den Teilnahmebedingungen Unter den Fahrzeugen der Ausfahrt waren auch Autos, die erst in ein paar Jahrzehnten als Oldtimer gelten Elektrofahrzeuge der Marke Tesla, die wurden von den Besuchern zwar auch neugierig beäugt Aber die wahren Stars des Tages waren ohne Zweifel die Automobil-Veteranen Viele der Fahrzeugbesitzer hatten sich ebenfalls historisch in Schale geworfen Und so wurde diese 16. Schwanenklassik mal wieder zu einer Zeitreise durch über 100 Jahre Automobilbau Am Mittwoch um 16.30 Uhr lädt das Jugendsinfonieorchester zu einem Studiokonzert in den Robert-Schumann-Saal des Konservatoriums ein Die jungen Musikerinnen und Musiker spielen unter der Leitung von Georg Christoph Sandmann Ausschnitte aus dem aktuellen Konzertprogramm Es erklingen Kompositionen unter anderem von Schumann, Ludwig van Beethoven und Leonard Bernstein Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei Die historischen Priesterhäuser präsentieren ihre mittelalterlichen Stuben, Kammern und Rußküchen Im Rahmen einer Sonderführung am Mittwoch ab 17 Uhr Als Museumsobjekt des Monats wird während des Rundgangs eine zinnernde Geige gezeigt Das ungewöhnliche Musikinstrument ist Teil der aktuellen Sonderausstellung Sächsisches Zinn Um Voranmeldung zu dieser Führung wird gebeten Werbung Ich fühle mich hier zu Hause Alt und jung zusammen leben Da wo ich spielen kann Einer ist für den anderen da Mit der Freundin aus dem dritten Stock mal ein Glas Wein trinken kann Bei jungen Leuten kommt mal schnell jemand vorbei Ich fühle mich da richtig gut Das ist zu Hause In ferner Zukunft Sehe glückliche Menschen In gemütlichen, hellen Räumen Diese Wohnungen sprechen zu ihren Bewohnern Zukunft Bei der Wewo-Bau in Zwickau ist das doch schon längst Realität Dank intelligenten Wohnungen mit Smart Home Technologie können Sie schon heute wohnen wie andere erst morgen Entdecken Sie unsere Angebote und die Vorteile des Wohnens in einer starken Gemeinschaft Wewo-Bau Bei uns wohnt die Zukunft Ich komme in den Sportpark wegen meiner Gesundheit Ich fühle mich sehr wohl Es ist alles prima Die Knochen werden entlastet dadurch und wieder fit gemacht Auch der Brücken Die gute Rückenschule hier Die ist prima Also mir gefällt es hier ganz toll Und mir gefällt hier das ganze Ambiente sehr gut Vor allen Dingen auch angefangen von den Umkleiderräumen Von den Duschen, von der Sauna Vom Saunabereich insgesamt Also das ist das Tolle hier Ohne den Sportpark geht nichts mehr Professionelles Training in Ihrem Sportpark Zwickau, Merane und Glauchau Wissen Sie, was erfolgreiche Menschen von anderen unterscheidet? Sie nutzen die Chancen Nutzen Sie Ihre Chancen bei Hofmann Personal Wir bieten Arbeitsplätze in der Region Bewerben Sie sich jetzt bei Hofmann Personal Lutherstraße 18 in Zwickau Hofmann Personal Ich mag meinen Job Wohooo Ha 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 Piepen Sie vor Freude Wie Happy Days mit dem Citroën Grand C4 Picasso Schon ab 189 Euro im Monat Ohne Anzahlung Le Car... Le Charakter... Citroën... Jetzt in Ihrem Autohaus BHS am Kreuzberg in Zwickau Oberplanitz. Krawatten, Schleifen, Festmode von Van den Bosch. Hier werden Männer bestens angezogen. Mit handgefertigten Krawatten in den aktuellsten Designs hergestellt in Zwickau. Eleganter Festmode und Businessmode in allen Größen und das zu Werkverkaufspreisen. Hochzeitsanzüge und festliche Westen in einer riesigen Auswahl, auch für starke Männer. Entdecken Sie exklusive Herrenmode zu unschlagbaren Werkverkaufspreisen. In Zwickau nur bei Van den Bosch oder im Internet unter fandenbosch-sachsen.de Der Sport wird präsentiert von der Wohnungsbaugenossenschaft Zwickau Land. Wohnservice mit dem Blick fürs Ganze. Bei fast sommerlichen Temperaturen war alles angerichtet für das mit Spannung erwartete Finale beim diesjährigen European Champions Cup 2016 im Rollstuhl Basketball. Am Ende gab es eine Neuauflage des letztjährigen Finales zwischen Cedi, Il Union, Madrid und dem RSV Lahn-Dill. Spielzug um Spielzug brachen sich die übermächtigen Spanier durch die Abwehrreihen Lahn-Dills. Zu Beginn des vierten Viertels lagen die Wetzlarer dann bereits mit 20 Punkten hinten. Diesen Vorsprung ließ sich Madrid nicht mehr nehmen und gewann am Ende den European Champions Cup 2016, der in Zwickau ausgetragen wurde. Schon zum 43. Mal fand in Frankfurt am Main das Großturnier Hessen-Tanz statt. Auf acht Flächen wurden gleichzeitig Turniere von Kindern bis zu den Seniorenklassen ausgetragen. Gleich vier Paare der TSG Rubin machten sich auf den Weg. Für Paul Görg und Michelle Vogtmann sowie Maximilian Springer und Luana Kannhäuser ging es am Freitag um 14 Uhr los. Es war jeweils ihr erstes Großturnier in der C-Klasse. Beide Paare konnten mit neuen Erfahrungen und einigen Punkten im Gepäck nach Hause fahren. Am Samstag reisten dann Ben Großbietsch und Jessica Neff sowie Philipp Helbig und Linda Linke an. Philipp und Linda wollten ihre Zulassungsvoraussetzungen für die deutschen Meisterschaften erfüllen und starteten zusätzlich zu ihren beiden Ranglistenturnieren im Standard der Hauptrunde mit. Hier tanzen sie von Runde zu Runde und konnten sich am Ende über Platz 18 freuen. Im Standard kamen sie sofort bis ins Semifinale und freuten sich dort über einen zwölften Platz. Im Latein konnten sie dieses Ergebnis am Sonntag noch toppen. Hier konnten sie nach Vorrunde, Zwischenrunde und Semifinale über Platz 10 jubeln. Rang 21 im dritten Rennen der Saison ist das Ergebnis, welches Max Kappler aus dem französischen Le Mans mitbringen konnte. Der junge Rennfahrer hatte sich bei der zweiten Runde der CEV Motor 3 World Championship zwar ein besseres Ergebnis erhofft, dennoch konnte er sich in vielen Bereichen deutlich verbessern. Nach dem Zeitfahren am Freitag konnte sich Kappler lediglich Startposition 24 sichern. Nach einer Fehlentscheidung zum Reifenmaterial beendete er das Rennen auf einem unbefriedigenden 21. Platz mit dem entsprechenden Rückstand. Am Dienstag ziehen ein paar Wolken über den Himmel. Es bleibt aber meist sonnig bei Höchstwerten um 23 Grad. Dazu bleibt es vor allem tagsüber trocken. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt gerade mal bei 5 Prozent. Und die Aussichten am Mittwoch erwartet uns nochmal ein sonniger Tag, bevor es am Donnerstag wieder stärker bewölkt ist. Zum Teil sind auch Regenschauer dabei. Dieser Trend setzt sich am Freitag fort und es wird wieder merklich kühler. So weit, so gut, meine Damen und Herren. Das war sie, die Montagsausgabe von Tag Aktuell. Morgen um 19 Uhr gibt es hier die Aufzeichnung der Stadtratssitzung des Zwickauer Stadtrates. Eine neue Ausgabe von Tag Aktuell sehen Sie dann am Mittwoch zur gleichen Zeit. Ich sage Tschau und Tschüss bis Mittwoch. Ich sage Tschau und Tschau und Tschau und Tschau und Tschau.